Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 22. März 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1337. Heute mit den folgenden Themen. Wir haben Duolingo, BART, OPPO, Amazon, Nothing, Counter-Strike und Huawei. Und ich starte gleich mit Duolingo. Duolingo, eine App, die da ist, um euch Sprachen beizubringen. Das kennt ihr sicherlich seit Jahren. Ist einer der Platzhirsche auf diesem Gebiet und sie machen es gut. Ich nutze die App auch meistens, sollte ein bisschen mehr. Ich habe da ein Abo abgeschlossen. Es ist wie mit Fitness-Abos irgendwie, Fitness-Centern meine ich. Genau, und Duolingo hat im letzten Jahr die Duolingo Math-App vorgestellt, die meine Kinder sehr, sehr fleissig nutzen und ich auch ein Weilchen lang wieder mal ein bisschen zwischendurch im Einsatz hatte. Nun kommt oder soll kommen die nächste App, und zwar Duolingo Musik. Was es genau ist, hat Duolingo noch nicht verraten, aber es geht darum, um Kindern Musik beizubringen. Und zwar, ja, wie soll ich sagen, auf wahrscheinlich die gleiche Art, wie man es eben von der Sprache und von Mathe her kennt. Mit einfachen, logischen Fortschritten. Und somit weiß man doch ein bisschen, was es ist. Wir wissen aber nicht, wie es ausschaut und wie es funktionieren wird. Aber wir wissen, bald können unsere Kinder auch Musik lernen oder die Grundlagen der Musik. Für Einwohner der USA ist es jetzt möglich, sich mit ihrem Google-Konto bei BART, dem Google-KI-gestützten Textgenerator, anzumelden. BART, was übrigens Bidirectional and Autoregressive Transformers for Decoding heisst, also kompliziert. Es ist wie Chat-GPT, nur zumindest in den ersten Beispielen nicht ganz so lustig oder speziell oder gut, wie auch immer. Ich denke aber, das hat sich auch ein bisschen geändert. Google wird da fleissig an den Stellschrauben gedreht haben. Und es ist wie überall. Umso mehr Menschen auf diesen Haufen geschmissen werden und das ausprobieren, umso besser wird das Ganze. Also helft doch Google in Zukunft, mehr Geld zu verdienen, indem dass ihr das nutzt. VPNs sind eine gute Idee, um nach den Staaten zu greifen und dann eben auch da reinzukommen. Vielleicht. Oppo Find X. Und übrigens, falls bei jemandem klappt, über eine VPN-Lösung mit einem Schweizer oder deutschen Konto, lass es mich wissen. Dann probiere ich es vielleicht auch mal aus, wenn ich Zeit finde. Wir gehen über zu Oppo. Und die haben gestern das Oppo Find X6 sowie das Oppo Find X6 Pro vorgestellt. Was ist das? Das ist das neue Flaggschiff, das nicht zu uns kommen wird, so wie es in den Medien mehrfach geheissen hat. Oppo hat sich bis jetzt noch ausgeschwiegen. Wir werden es sehen, wenn es dann so weit ist, ob es vielleicht dann doch noch kommt. Was ist daran speziell? Ich habe schon das eine oder andere Mal hier im Daily darüber gesprochen. Es hat 3x50 Megapixel. Das war der von Sony, der 1-Zoll-Sensor mit verbaut und bringt sehr, sehr tolle Fotos. So wie Oppo aktuell gesagt hat, also aktuell bei der Vorstellung verkündet hat, dürfte hinpassen. Auch die Auflösung vom Display, AMOLED-Display ist 6,82 Zoll mit 120 Herzbildwiederholrate und es soll laut Oppo bei Spitzenhelligkeiten bis zu 2500 Nits kommen. Hier hat man eine Zahl, die höher ist als Apple. Mal schauen, wie das sich dann im täglichen Gebrauch zeigen wird und oder wie fleissig, dass es die Spitzenwerte erreicht. Muss es ja nicht immer. Aber ja, was haben wir noch? Viel RAM verbaut, viel Speicherplatz, viel Akku. Es ist wasserfest, IP68. Das zeigt sich auch mit den Teaserbildern, wo man das Telefon immer wieder mit Wasser beworfen hat. Ja, alles in allem ein tolles Smartphone für einen relativ günstigen Preis, unter 1000 Euro. Zumindest, wenn man einfach den chinesischen Preis umrechnet. Wir wissen ja, dass Oppo für Europa und die Schweiz da immer noch ein bisschen extra was oben drauf macht. Und dann ist der Preis dann doch nicht mehr ganz so sexy, wie er vorher war. Auch vorgestellt hat Oppo das Oppo Pad 2. Das ist das Flaggschiff-Tablet. Also nicht das, was es aktuell in der Schweiz gibt, was eher so ein kleines Tablet ist. Nein, das ist ein Flaggschiff-Tablet mit 144-Hertz-Display mit einem neuen Pencil, den sie haben. Einen der aktuellsten Dimensity-Prozessoren, der im Inneren arbeitet. Und wer aufgepasst hat, ja, das Teil schaut aus wie das, was im Februar OnePlus vorgestellt hat. Und ja, nicht nur schaut es aus, es ist auch von den Innereien her so ziemlich das genau gleiche Gerät. So wie es aktuell ausschaut. Also zwei Firmen, gleiches Gerät. Aber zwei Firmen, bitte. Genau, was haben wir noch? Das, ja, war es. Kooperation mit Hasselblatt. Das wissen wir ja schon seit Jahren, oder seit zwei Jahren mittlerweile, sind sie da miteinander verbandelt und bringen da neue Möglichkeiten auf den Markt. Wir werden sehen, ob es zu uns kommt. Wer in Deutschland einkauft und Amazon mag, der könnte sich bald einen neuen Fernseher kaufen. Wie wäre es dann mit einem von Amazon direkt? Denn die Amazon-TVs, die man erst von den Staaten her kannte, die sind jetzt auch offiziell bei euch in Deutschland erhältlich. Wer will, kann sich das kaufen. Direkt integrierten Fire-TV, quasi Stick, um das Ganze zu befeuern. Kann man machen, muss man nicht. Wie immer. Auch vorgestellt hat gestern nach vielen Gerüchten und hin und her Nothing einen neuen Kopfhörer. Die Nothing 2, oder Nothing Ear 2, wie sie heissen, sind eine kleine Verfeinbesserung des ersten Kopfhörers. Was ist neu? Ja, neu habt ihr drei Mikrofone und mehr KI, die komische Geräusche, die nicht mit in die Aufnahme oder in das Gespräch gehören, ausfiltern möchte. Neu habt ihr auch die Möglichkeit, Multipoint-Geschichten zu machen, also mit zwei Geräten zu koppeln, um dann eben von einem Gerät zum anderen wechseln. Wenn du auf dem Tablet einen Film geniesst, dann kommt auf dem Smartphone ein Telefon rein, nimmst auf dem Telefon ab, dann wechselt automatisch der Kopfhörer rüber zum Telefonat. Auch wechseln tut automatisch bald schon Counter-Strike, nämlich in die Version 2. Man hat es lange nicht gedacht, doch jetzt ist es da. Counter-Strike 2 wird bald kommen. Was heisst, jetzt ist da, Sommer 23. Aber der ist ja schon bald und somit dürft ihr euch natürlich freuen. Aufgebaut auf der Valve-eigenen neuen Source 2 einschien, die eben ein flüssiges Gameplay erlauben soll. Ich habe euch mal zwei Videos, zwei Teaser-Videos mit reingepackt, wo ihr ein bisschen seht, wie das Ganze funktioniert mit der Bewegung und allem und dass man viel genauer und schneller schiessen kann. Viswig, what you see is what you get, wird gross geschrieben. Und auch die Möglichkeit, diese Rauchbomben oder wie die heissen, zu werfen und der sich dann realistisch im Raum oder auch im Nichtraum bewegt, das schaut schon eindrücklich aus. Auch die Spiegelungen und alles drum und dran. Da hat man gute Arbeit geleistet, würde ich mal behaupten. Jetzt dann wird man es erst sehen, wie es dann natürlich im täglichen Leben ist. Huawei hat auch eine Vorstellung. Und zwar heute. Es wird nicht nur das P60 vorgestellt. Ich glaube, ich habe hier schon mal das eine oder andere Mal darüber gesprochen. Auch das Mate X3. Und da sind ein paar weitere Details durchgesickert. Soll ich die euch jetzt verraten oder nehme ich da in die nächste Aufnahme rein? Ja, es ist einfach Technik, viel Technik, tolle Technik mit drin. Wassergeschützt soll das Foldable auch sein, IPX8. Ihr habt einen schön grossen Prozessor, äh, nee, Akku. Einen angenehmen Prozessor. Zwar nicht der neuste der Generation 2 von Snapdragon, aber der erste Generation. Einiges an RAM. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein tolles Telefon wird. Ich kannte ja den Vorgänger schon und mochte den. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Heute, wie gesagt, ist die Vorstellung. Das waren es an Themen für den heutigen Tag. Ich hoffe, du hast es ein oder andere mitnehmen können. Wenn du magst, gerne Rückmeldungen über die gewohnten Kanäle. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen und angenehmen Tag. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns bald schon wieder. In diesem Sinne, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.